Wow, Licht an, ich begrüße euch Leute, was geht ab? Willkommen zu Mario Maker, es geht weiter, ich spiele eure Map, heute ein extrem schweres Level und viele haben gefragt, ich soll mein Unboxing machen von Super Mario Maker 2, mache ich hiermit angeboxt, da ist nichts drin, ich hatte die ganz normale Version, okay, jetzt ist Mario Odyssey drin, aber da gibt es nichts zu unboxen und ich würde sagen, lasst uns direkt anfangen mit dem ersten Level, los geht's. Und durch das mit den meisten Daumen nach oben wird hier erstmal gemacht, ich gebe es mal schnell ein, dann könnt ihr es auch absolvieren, wenn ihr wollt, KFG, so, das könnt ihr auch eingeben und dann spielt ihr auch das gleiche Level, wie ich es jetzt werde und ja, okay, Abschlussrate unter 1%, also wirklich, von über 300 Leuten haben es nur 3 Leute es geschafft, sich überhaupt abzuschließen, 0,86%, also ein wirklich schweres Level kann man sagen, von einem Deutschen, von einem Abonnent von mir, gegrüßt seist du, los geht's, spielen wir's. A Boss Challenge and Technical, wenn ihr auch Maps habt für mich, unter dieses Video jetzt erneut eure Vorschläge posten, so, natürlich habe ich meinen Luigi Skin und los geht's Leute, das kann nicht so schwer sein, also ich betitel mich jetzt schon inzwischen, ich habe jetzt schon wirklich viel gespielt, seit dem letzten Video, also wirklich gestern den ganzen Tag, hoffe ich mal, dass ich einigermaßen, ja, jetzt gut bin in dem Spiel, also besser als letztes Mal. Okay, präzise Sprünge, hier ist ein Rohr, was erwartet mich denn da, oh ne, genau vor dem Eingang? Digga, ist das dein Ernst? Okay, da habe ich Pause, warte mal, ich habe Pause, wenn er schlägt, er wird sozusagen zurückgeschlagen, Leute, ich versuche, wenn ich das beim ersten Versuch schaffen würde, das Level, das wäre krass. Okay, 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 fuck, erstmal in Sicherheit, erstmal in Sicherheit, Leute, meine Güte, geil, ich will hier den, äh, den Dings noch nicht starten, die Plattform, ich will den wirklich erstmal besiegen, wir sind ja, obwohl, eigentlich wäre auch geil, wenn ich den Weltrekord hier holen würde, und, ja toll, okay, er kommt zurück. Nee, was soll ich denn machen, Leute, soll ich jetzt, ich kann die Kamera auch nicht bewegen oder so. Okay, 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 okay. Wow, wow! Alter, Leute, geil, geil, ich habe voll Bock, eure Karten zu spielen. Ähm, ich bin echt, äh, gehypt, so, was ihr noch schwerer so auf die Beine stellen könnt, bis jetzt, okay. Ein paar Tricks waren schon drinne. So, hier geht's hoch, denke ich mal. Bisschen Wall-Jump-Action. Okay, die Stachis warten schon auf mich da drüben, auch nicht schlecht. So, jetzt geht's hier ab, wieder ein kleiner Bosskampf, deswegen ist, hier ist ja auch Bossfight, äh, beziehungsweise Boss und irgendwas Challenge. Oh, oh Gott, ich schreck mich jedes Mal, weil der kommt einfach so. Okay, auf den Kopf. Und ich kriege keinen Power-Up! Keinen Power-Up, ich habe es gerade gesagt, keinen Power-Up gekriegt. Egal, nochmal von vorne. Mama Mia! Wow, 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 wow! Jetzt mache ich ihn alle. Okay, 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 jetzt ist er wieder unsichtbar. Einfach in dem Rhythmus bleiben, einfach in dem Rhythmus bleiben, auf den Kopf springen und zack, Schlüssel und weg. Weg. Noch keinen Power-Up bekommen, okay. Okay, jetzt geht's hier rund. Okay, ein Checkpoint, immerhin! Oh, das war knapp. Das war knapp, ich habe mich noch berührt, ey. Okay, Power-Up, nice. Gleich zwei Bosse in einem kleinen Raum. Alter, sind die verrückt? Okay, und da könnt ihr euch merken, immer die mit der grünen, äh, mit dem grünen, mit der grünen Perle im Haar ist die echte. Und die sieht auch ein bisschen, äh, erröteter aus, kann man schon sagen. Okay, ich habe den Schlüssel. Dann scheiß auf die Große. Scheiß auf die Große, weiter geht's. Oh Mann, ich bin gespannt, was mich noch so erwartet bei dem Level. Aber bis jetzt gefällt's mir. Okay, die Stachis kann ich zum Glück mit der Feuerblume besiegen. Sonst, ich glaube, die Feuerblume muss ich auch hier haben, sonst bist du ja gearscht. Okay, da ist der P-Switch, okay. Ja, den P-Switch brauche ich jetzt hier bestimmt. Zack, den nehme ich mit. Weil, ich bin mir schon sicher, das Zeitlimit wird bestimmt eng sein. Wenn so wenig Leute unter 1% das geschafft haben, da wird das bestimmt, da wird bestimmt keine Zeit sein. Okay, Checkpoint ist solide. Zack, ich hoffe, ich kriege die Blume auch wieder. Ja, die Blume ist da. Okay, ich darf die Feuerblume nicht verlieren, sonst erwischen mich die Stachis gleich. Da ist sie. Zack, rein da. Nein! Oh nein, 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 wie ärgerlich. Hä? 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 Ach ja, die waren ja noch da. No! Das kann nicht sein. Oh Gott! Oh nein! Ja, 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 ich hab's geschafft. Oh, geschafft, darüber zu gehen. Man kann es auch schaffen, ohne getroffen zu werden. Okay, okay, das ist cool. Auf so engem Raum? Ja gut, hier lass ich erstmal die Lava. Das, das, das tu ich mir nicht an. Der springt mir gleich wieder auf den Kopf bestimmt. Okay, schnell, schnell. Ich bin mir sicher, ja. Zeitlimit ist eng, Zeitlimit ist eng. Nein! Nein! Ich seh schon, komm, für diese Episode Mario Maker gleich die zweite Episode schaffe ich nur ein Level. Weil ich gleich so auf die Kacke gehauen hab, sie sollten mir ein schweres Level machen. Das ist aber auch frech, das Level. Das ist aber auch ein freches Level. Oh nein, nein, oh Gott, ich wurde schon wieder getroffen. Ja, komm, nee, komm. Bring mich um, bitte, bring mich um. Sie sollen mich sogar umbringen, ich brauch diese Feuerblume. Leute, ey, meine Güte, sowas hab ich auch lange nicht mehr gehabt, ey. Und es ist ja nicht mal so ultraschwer jetzt gerade, ich stell mich einfach nur dumm an. Bin ich dumm? Nein! Okay, okay, ein Treff und ich bin weg. Nein! Aber als kleiner Heini, das ist doch Quatsch. Guck mal, ich krieg nicht mal den Peacewitch da hochgeschmissen, wenn ich so klein bin. Okay, okay, jetzt schaff ich's. Der Zeitdruck ist real, der Zeitdruck ist real. Okay. Ja! Okay, die Stachis, die gehen ins Rohr. Oh nein. Bestimmt ist da unten ein Auffangbecken für die oder so. Deswegen, ich brauch die Feuerblume. Ohne Witz, ich brauch die Feuerblume, um... Ey, ich hoffe, die da unten sind jetzt nicht so... Ist hier nichts Geheimes oder irgendwas noch Power-Up-mäßiges? Okay, mein Glück. Ich probier's, ich probier's, ich probier's. Oh, nein! Nein! Man kann es vielleicht schaffen, wenn man an der Wand und direkt hoch und dann auf den Bombe und dann... Vielleicht... Nein! Absolute Konzentration. Ich brauch die Kleine, ich brauch die Kleine, ich brauch die Kleine. Oh, ich hab sie. Okay, nice. Stachis sind hier wirklich die schlimmsten Feinde. Jetzt mach ich wirklich Nägel mit Köpfen. Nägel mit Köpfen. Keine halben Sachen. Ja, Mann. Nein! Ich bin hängen geblieben. Das war's, glaub ich, schon. Okay, hier raus, hier raus. Hier raus! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott! Okay, jetzt werd ich... Sie verfolgen, ich hau' die Dinger da rein. Die überleben da bestimmt nicht. Dann mach ich... Oh Gott! Okay, 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 okay. It was at this moment that he knew. He... Okay, nein! Oh, nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, raus da. Da ist das Ziel, da ist das Ziel. Okay, ich dachte, der zerquetscht mich noch hier. Okay, rauf da, rauf da. Okay, das Bowser. Kann ich ihn besiegen? Kann ich ihn besiegen? Kann ich ihn besiegen? Ich kann ihn nicht... Brauch die Feuerblume. Scheiß drauf, geschafft. Ja, Mann! Geschafft, Leute, jetzt seid ihr dran. Geiles Ding. So, eine Map mach ich noch. Dann haben wir wenigstens zwei. Also, eine kann ich euch nicht antun. Dann machen wir zwei. Hier ist übrigens mein... Jetzt könnt ihr euch das merken und mich adden. Ihr könnt mich adden hier bei Mario Maker. Unten links seht ihr meine ID. Könnt ihr euch abschreiben. Dann habt ihr mich in eurer Liste da bei Mario Maker. So, einer hat Florian Buskehaut hier auf die Kacke. Er sagt hier, mein Level eben fertig geworden. Und genau das machen wir auch. Da ist es. Florian heißt hier Chara Sons und 6%, 6,8% schaffen das Level. Deswegen sollte ich es schaffen. Das Level heißt The One. Kurz und knackig, klassisch und der Weltrekord liegt bei 41 Sekunden. Also ziemlich... Nein, so kurz ist es auch nicht. 41 Sekunden ist schon Mario Maker, ich sag mal so ein Mittelmaß. Superschwierig, schreibt hier einer. Okay, was ist hier denn superschwierig? Was ist superschwierig? Oh, was ist hier superschwierig? Warte mal, okay. Okay, okay, Leute. Ich bin jetzt gerade hier auch am... Okay, muss ich das jetzt hier machen? Oder was mache ich hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Okay, on, off, on, off. On, off. Nee, warte mal. Oh, hier. Hier bin ich sicher, oder? Nein! Ey, hätte ich es beinahe First Try geschafft bestimmt. Beinahe First Try. Oh mein Gott. Okay, aber superschwierig ist das hier nicht. Man muss nur schnell springen. Und fliegen, 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 fliegen. Okay. Kriege ich hier einen Power ab? Okay, was für ein Power ab? Ich kriege hier gar nichts. Doch, da ist ein Power ab. Da hat der Florian mitgedacht. Meine Wünsche wurden erhört. Und das soll hier fies sein. Ja, das ist es. Aber ich hätte auch so ins Rohr. Ich bin nur, ich bin nur falsch gelandet. Easy eigentlich. Easy, cheesy. Gucken wir mal, wie es weitergeht. So, hier geht es rein. Nein! 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 Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Oh, wenn ich den jetzt besiege ohne Power ab, dann bin ich doch hier wirklich, äh... Nein! Oh Mann, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so peinlich, Alter. Oh Gott, scheiße. Geil, so. Noch eins zum Mitnehmen. Warte mal, kann ich vielleicht dem ganzen Kram hier ausweichen? Ich kenne doch meine Leute. Ich kenne doch meine Leute. Ja. Ich kann mir den ganzen Kampf einfach sparen, ey. Das sind immer die geilsten Maps, die man einfach so überspringen kann, wenn man einfach ein bisschen mitdenkt. Ist hier noch was Geheimes? Ne, okay. Ah, das hier mit den Haken. Das finde ich ganz geil. Da oben, das schreit doch nach Secret. Oder... Ah, ich muss da hin. Okay. Oh. Alter, was für ein Safe. Okay. Hier kriege ich Blume. Bestimmt, weil jetzt ein Bowser kommt. Oh! Soll ich das riechen, oder was das da was ist? Ja, okay. Da sterben sie alle. Wie die fliegen. Jetzt habe ich aber das Power ab nicht mehr. Ganz toll. Okay, 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 okay. Weiter, weiter, weiter. Und zack. Sprung. Hier ist bestimmt jetzt ein Bowser. Ja, okay. Kann ich auf den scheißen? Oh. Oh nein. Oh nein. Okay, ich habe sie alle drei. Ich habe sie alle drei. Schlüssel. Und jetzt ziehe ich hier durch. Oder war hier was? Ja. Den Bowser kann man sich einfach sparen. Geiles Ding. Okay. Okay, aber den... Okay, da kommt keiner mehr. Nice. Geschafft. Florian, ich habe dich besiegt. Jetzt seid ihr dran. Baut mir Maps. Und nächste... Versprochen. Nächste Episode werde ich mindestens drei Maps spielen. Deswegen postet sie unter diesem Video. Ich bin schon heute raus. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.